Hey Gamerinos, hola. Hey Gamerinos, ich bin jetzt Martin Beimerker und eigentlich hätte ich heute das neue Rollcoaster Tycoon vorstellen, aber irgendwie die Early Access Version, ja die ist einfach irgendwie scheisse, was auch nicht. Funktioniert nicht. Aber wir können ja mal wieder Overwatch-Spieler gibt es einen neuen Modus, nämlich Competitive Play. Compete against other players and work your way up the ranks before competing bla 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 bla. Hier oft gesehen ist das der Ranked Modus, wie im CSO, wo man wie den Namen schon irgendwie der Rang hat. Ich habe noch nie gespielt. Mal schauen, wie der ist, ob der gut ist, ob sich die Leute da mehr Mühe geben, ob die Gegner schwieriger sind. Wir fangen jetzt gleich zusammen raus. Holy shit, das ist ja schon mal etwas, hm? Also, ich preparee zum Attacken. Was nehmen wir da? Ich glaube, ich bin Attacken. Ich finde den McCree eigentlich noch geil, aber... Para... Ja, ist gut. Ich bin Attacken. Oh, ja, ich weiß, ich weiß, wie der ist. Oh, shit! Ich bin Tyschen. Wooh, jäh! 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 Ich habe einen Tverküter. Ja, das funktioniert doch schon mal nicht so schlecht. Oh shit! Komm da weg! Einfach weg mit denen, schluck da! Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Oh shit Oh shit Oh 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 Und Oh 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 Jetzt hat er mir 8 Acht Killstreaks Schocken Irgendwann mit der Sense Aber mit der DP Ist ja gleich Ist ja Wow Das hat sich gelohnt Mal schauen ob wir etwas herbringen können Ja Luda Luda Salü 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 Hey So Herrlich Ich singe einen ab Aber ich bin gerade im Modus Oh Jetzt weiss ich Ah Die haben 2 Sniper Defensive Das kann man schon machen Ist vielleicht etwas blöd Also komm Wir werden es etwas nerven Also komm Wir werden es etwas nerven Das ist cool Unsere Dinge haben wir etwas vergessen Ah Du blöd Ah du Ich habe es voll vergessen Aber das ist schon etwas Bei diesem Team Wir wären sehr dran Aber Der Payload hätte es niemand geholt Und ich als Pharah würde mich nicht die Pflicht Sehen Der Dings zu verschieben Naja Ich glaube da oben Ist wahrscheinlich Ich habe noch etwas Hier Ah Jetzt bin ich gar nicht mehr gut Das läuft hier Ah Jetzt bin ich gar nicht mehr gut Das läuft hier Hey Nice Nice Hmmmmmm Jetzt sieht es gut aus Jetzt kommen wir gut Show Hier ist erstmal etwas Wir müssen immer wieder nachschauen Weitere Held Ah Ja. Ja, du, Blut, die Judel. Wuhu. Nice. Mal schauen, was geht? Oh! Oh shit! Oh shit! Ja. Ich las mich einmal durch. Ja. Das geht doch noch aus. Das werden wir gewinnen. Nice. Nice. Gut. Ich glaube wir haben jetzt 3 Maps. Das ist jetzt das, was das ausmacht. Den Modus da hier. Also. Was nehmen wir da? Nehmen wir da. Nehmen wir da. Nehmen wir die Videomaker. Manchmal scheint es gut mit der. Obwohl. Weiss auch nicht. Mal schauen. Die erste Dings haben wir schon mal gut gesehen. Das ist von mir aus gesehen haben wir da gut gespielt. Oh nein. Hier kommt noch etwas mehr zu zahlen. Ja. Oh äh. Okay. Jetzt mal schauen. Wie das ist eigentlich recht ein safe pick. Auf dieser Merle. Ich muss eigentlich das mit der Maus anschauen. Nein. Ich muss eigentlich noch einen runter. Eigentlich müsste ich noch einen runter. Eigentlich müsste ich noch einen runter. Wenn ich wirklich CS mässig spiele. Ich muss eigentlich noch einen runter. Wo ist der Scheiss. Ich müsste auf 5 runter. Schau mal auf 5 runter. Ja. Vorher hat es eigentlich gut geklappt. Komm Scheiss du wir gehen auf 6. Das sind so. Das sind so. Das sind so Entscheidungen die eigentlich für nichts sind. Was eigentlich scheiss egal ist. Aber man macht es gleich. Ah ja. Egal. I'm ready to cheer. Was ist sie bereit? Diese junge Dame da. Hello. Greetings. Oh shit. Da ist irgendetwas. Wo mich ballert hat. Ah dir. Ja hallo. Ja jetzt. Haha. Gut. Ich hoffe du würdest. Ich habe ihn noch erwischt. Ich habe ihn noch erwischt. Ich habe ihn noch erwischt. Haha. Naja. So schlecht ist nichts. Ich habe ihn noch erwischt. Danke. Danke. Die Position ist grundsätzlich gut. Ähm. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Schauen wir mal. Die eure Gangsters sind. Schau mal. Er ballert immer noch drauf. Ja. 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 Okay. какой Harji hat. Gott. Didn't ich. Er war garót. Ah, schade. Einfach den Gegner immer nerven. Das ist, glaube ich, der größte Bonuspunkt hier. Ja, ich weiss, dass du mich easy killen kannst, ich weiss. Hallo. Ja, ja. Ah, verdammt knapp, aber du stirbst noch. Seht ihr, da habe ich noch Dings gehabt. Und dann kommt er natürlich. Es ist easy. Wir sind gut, wir spielen okay, wir machen Schaden, das ist von okay, was wir hier abliefern. Sie haben noch nie wirklich ein Mittel gefunden, um wirklich vorwärts zu kommen, das ist auch eigentlich sehr positiv. Ein paar schöne Headys geben. Ja, und mein Team macht auch einen hervorragenden Job, wenn man es mal so darf sagen. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Ah, nein, jetzt kommst du durch. Fuck, Fotze. 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 Hoch. Kommen. Komm, schiessen. Oh, hey. Aber jetzt muss ich weg da. Die nehme ich noch, aber jetzt weg. Weg, weg, weg. So. Ah, danke, danke. Oh. Ahahahahaha Seht ihr das Gehle? Ich weiß, ich bin so eine Uhr Ich bin so eine Lamer Komm, kämpf gegen mich Komm, fäng mich Das legt nie Das legt nie Weg, weg Oh, nein, nein, nein Du, ich gebe schon Ich kann nicht mehr einen da Ahaha Eieiei Schau Schau Ah, schade Komm da Komm, kämpf gegen mich Komm, komm Ahahahahaha Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Jetzt bin ich geredig Ohhhh Jetzt bin ich geredig gewesen 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 Es war okay Ich bin sehr geredig gewesen Dann hätte ich nicht Dann hätte ich defensiv hinten stehen Und hätte, ja Na ja Ist okay Wir, ähm Seien gut dran Sie hat zwar den ersten Checkpoint Ähm Uh, uh Da oben ist die Girl, he The Girl is the Dragon Tattoo Hallo Hat sie mich auch gesehen? Uh, ja, sie hat mich gesehen Aber Ah, ich habe es auch gesehen Ja Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, nein, nein Uuuuh Danke, danke für Sie Danke, Sie Ich weiss ich bin so ein Arsch Komm, komm, komm Komm, komm Komm, komm, und 3, 2, ah, schade. Hallo, rief ich mal etwas? Hehehehe, oh gosh. Ich weiss, ich bin so ein Lamer, ich weiss, ich weiss. Aber es macht so Spass, ihr gewusst was ich will. Oh, da hat er mein Ohr. Mal schauen, ob ich noch raus bin. Oh, raus, raus. Fluchten! Oh, 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 oh. Komm, da. Oh, nein. Ah. Ah, aber, uh, 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 die hat nichts mehr, die hat nichts mehr gehabt. Schau mal, wieviel sie noch gehabt hat. Die hat nichts mehr gehabt. Ja, noch 50, aber sie hat aber Yieldings gehabt. Egal, egal. Es macht nichts. Gehen wir weiter, komm, wir sind hier gut dran. Wir spielen wirklich sackstark. Das muss jetzt nicht mal gesagt sein. Das muss... Immer mal gut. Kann ich einfach mal so einen raushauen. Hallo. Ah, shit. Du musst gar nicht mehr einen blöder sein. So, weg mit ihm. So. Schau mal gegen sie. So, weg da. Ja. Da unten ist noch der... Ah. 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 Da hat mich. Fast. Oh, shit. Zeige ich dich heim. Es ist immer so... Ey, Fahne, ey. Oh, nein, 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 nein. Blöde. Ah. Das auf die musst du aufpassen. Die musst du aufpassen. Das sind so die Mühe. Oh, jetzt habe ich auch gar nicht gut gespielt. Sie habe wirklich gar nicht gut gespielt. Ah, ja. Aber sie sind weit weg. Sie sind weit weg. Das ist gut. Es ist... Mit dem kann man arbeiten. Auf jeden Fall. Mal einfach... Einen so raushauen. Ja. Brrrr. Uäh. Uäh. Ja, weg mit dem. Uh. Ja. Das mal nicht. Das mal definitiv nicht. Uh, da unten. Ja, da können wir nichts machen momentan. Aber rein können wir nicht. Ohoho. Oh Gott. Das tut mir schon fast leid. Und... Und... Er muss auch wieder weg. Und da... Ich warte auf dich. Und... Uuuuuh. Tschüss. Und wir gewonnen. Oh, gosh. Das hat jetzt Spass gemacht. Das ist der Comparative Models von Overwatch. Glaub ich, oder? Der Kurokami hat noch das Play of the Game gemacht. Mal schauen, was er gemacht hat. Ja. Das war recht am Anfang. Ja. Okay. Okay. Naja. 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 Ich bin auf jeden Fall auf der Liste. Naja. 28 Eliminations. 17 Solo-Kills. Ich glaube es... Okay. Ist easy. Ich würde es positiv bewerten. Oben rechts könnt ihr... Ja, ja. Das war schon eine gute Idee. Oben rechts könnt ihr im Fall abonnieren. Ähm... Overwatch-Videos gibt es sicherlich wieder noch mehr von mir. Uh. Ich hoffe, es hat noch gefallen. Mir hat es gerade gefallen. Ich bin gerade wieder im Modus über Overwatch zu machen. So einen Spass. Super Overwatch. Geil. Ich habe total Spaß gemacht. Ich kann dich davon aus. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich vermisst. Alles Gutes gemacht.